Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim im letzten Part Ich hab einige neue Updates reingepackt Ich hab einige Mods geupdatet, neue Mods reingepackt Einige Mods hinzugefügt, rausgenommen Und wir haben ein paar Sachen verreden Ich werde mal was zum Wechseln The Draft said you had to protect Ach wirklich? Ja, ich könnte Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Stein-Taten Ah, ihr seid nun als Einen Dumm Doch ich begann nach Informat... Ich äh... Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des... Ah, der Drachenstein aus dem Ödst... Das müsste... Fahrengar! Fahrengar, ihr müsst sofort kommen Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden Ihr solltet auch kommen Ein Drache, wie spannend! Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten Dann mal los Wie gehtís? Wie geht's? Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Ich habe neue Bücherbuchen da installiert. Wir haben keine Zeit. Ich möchte das. Ihr habt Helden, aber ich habe als Zeit. Und bitte, nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen... So, äh... ...nur zu gerne sehen. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hierbleiben. Darüber nachdenkt, wie wir diese Staten die Drachen verteidigen können. So, das war erledigt. Ähm... Ich habe mich aber auch die Wachen gepläten. Wenn nur alle Bürger von Weißlauf so heldenmöglich wären. Da haben wir, bevor wir, äh, das soll folgen mit dem Drachen, würde ich sagen. Verlöse von der Mission. Und mit einem Quatsch würde ich sagen, wir haben uns der ersten Gefährten. Ich würde sagen, mir gefällt, äh, das Windweißauf hier würde ich sehr gut. Abschalt lines zu helfen. Was geschickt wird im Drachenrad gekommen? Oh nichts Zeit! Was! Das und ... Magnie! ihr habt richtig gehört wir haben noch ein paar sagen zu reden und ich werde dafür jetzt sogar schnell reisen würden dass wir nicht so viel zu werden der siebte partizist ich muss sagen okay und schon mal ein paar mitrechnet ich muss sagen ich bin echt beeindruckt davon dass wir überhaupt sagen wir haben der special ein hof nah komplett mit kappe und schellen im norden beim loräushof er zog einen sagt auf einem wagen mit einem kaputten rat ich bin gespannt wie er sich aus der sache raut lachen will nun offenbar habt ihr eine ereignisreiche reise hinter euch und gern aber ihr wart länger weg als sonst ich dachte schon und seine einwohner begangen habt ihr etwas zu eurer verteidigung zu sagen schlaues mädchen ich würde sagen das können wir besser haben das ist noch nicht passiert Vielen Dank. 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 What happened to your closest? Where do you want to be detective? Thank you. I hope I didn't cause too much trouble. Actually, I'm not really that bothered. Why do you need my help? I don't. I don't. I don't. I thought I would help you out. I don't know. I don't know. Skyrim? Skyrim? Well, then it must be your lucky day. Well, then it must be your lucky day. Well, then it must be your lucky day, as I know Skyrim like the back of my hand. I can't. I can't even say I do. I don't know. I'm not a lot of years. I can't. I can't. Ah Ah das ist das best I can give to you if you say so I'm here if you have a need me yes did you want something what would you like to talk about well there was someone but from Skyrim he was a Breton from High Rock I took him around Skyrim to see the sights well mainly the taverns but unfortunately I turned out to be too much to handle for him I mean who doesn't like to get drunk perhaps if someone else was interested in me though okay first we should talk about something else oh okay how about for a change you do something to I mean for me I'm here if you ever need me alright that elephant should perfectly fit well I guess that's for today um didn't I just hear correctly the y'all wants you to go and fight a dragon please tell me you're not actually considering it not that I'm scared of course yeah we're fighting and Sophia you'll come with us and you're a beautiful so yeah I would say that was that was for this part I hope you liked it in the next part we'll do another training also macht's gut und tschau